Oha, Digger! Oh mein Gott, hat der Typ kassiert! Alter, das Spiel ist total krass! Freunde, es wird wieder Zeit, verbotene Sachen in Fortnite zu machen! Vor einem Monat habe ich in einem Video gebannte, verbotene und Aim-Bot-Controller vorgestellt und ich habe mir gedacht, lasst uns doch mal mit so einem spielen! Und weil man dafür gebannt werden kann, benutze ich dazu den guten alten Meld-mich-du-nup-Account! Mit dem habe ich ja schon mal versucht, gebannt zu werden! Ja, ich weiß, hat super geklappt! Ich habe im Internet mal danach gesucht und habe das Teil hier gefunden! An sich ist das auch ganz cool, denn schließt ihr es am Controller an, dann habt ihr praktisch einen SCUF-Controller, nur eben in günstig! Das ist allerdings noch nicht alles, denn auf dem Teil lassen sich echt krasse Mods installieren! Alles, was wir dazu brauchen, ist dieses Tool, Mod Central! Ich habe den Controller auch schon angeschlossen und muss jetzt nur noch die richtige Mod auswählen! Komisch ist, dass es für Fortnite drei verschiedene gibt, was mich auch ein bisschen verwirrt! Das Teil ist echt kompliziert und für den Moment ignorieren wir das auch! Uns interessiert nur der Aim-Abuse-Mode und den schalten wir hier ganz einfach ein! Im Spiel muss ich dann also nur die L2-Taste drücken und der Controller aimt für mich und lässt das Bild etwas wackeln! Es sieht dann so aus, als würde ich ganz schnell L2-Spammen! Ich zeig's euch mal! Wichtig, ich drücke gerade nur die L2- und R2-Taste und die Mod zieht von alleine auf den Korb! Einfach nur krass! Und jetzt, lasst uns die Spitze auseinandernehmen! Ich würde sagen, wir gehen voll Karacho drauf und sehen dann, was passiert! Ha, diese Leute sind so verrückt hier! Da gut, direkt ne AK und ne Diegel! Das ist ja schon mal nicht schlecht! Eigentlich ein ganz guter... Was macht der Typ denn da? Moin! Was geht's? Der Typ war ja voll verklatscht! Sehr gut, noch ne Pumpgun dazu! Das sieht doch nach nem guten Loadout aus! Da schon wieder einer! Hohoho! Der kriegt direkt mal voll in die Fresse! So hab ich mir das vorgestellt! Den holen wir jetzt mal mit dem Shot-Riss raus! Oh Gott, ich liebe dieses Teil! Komm schon, Bro! Keine Zeit fürs Campen! Ah, das war ein bisschen unnötig! Noch mehr Gegner! Uh, kleiner Camper! Oh mein Gott! Gut, dass das kein Pokémon ist! Boah, ich liebe die Diegel! Oh, das war einfach! 4Kills, kein schlechter Start! War das jetzt wirklich alles hier, oder wie? Warte, wer schießt hier auf mich? Hä? Von wo? Nein, das war doch niemals dieser Typ, oder? Hallo? Hallo? Irgendwer anders! Ich glaub, der Typ war das doch! Was geht? Oh mein Gott, hat der Typ kassiert! Was muckst du auf, Mann? Alter Schwede, ist das Teil krass! Ich hätt niemals gedacht, dass das Teil so krass ist! Holy moly! Was geht denn mit dem Typ ab? Er kämpft einfach nur der Treppe! Und jetzt kämpft er wieder! Ja, das haben wir jetzt davon! Oh nein, der hat nichts zum Heilen! Das war's! Immerhin! Jetzt hab ich nur die Zone gekillt! Ich würd sagen, wir gehen einfach ein bisschen zentraler rein! Oder falsche Richtung! Und dann gucken wir einfach mal, was passiert! Okay, der killt ist schon mal weg! Das hast du davon, dass du killst, deals! Wo ist der Typ? Oh, ist über mir! Du willst ein Spielchen spielen, oder was? Nicht heute, Mann! Oh, das wird eine gute Runde werden! Wo sind die Gegner? Da ist mal wieder einer! Schau rein! Und der Nächste! Noch mehr Gegner! Das gefällt mir hier! Und noch ein Roboter! Hey, Freund, was geht's? Ah, warte, sollten die nicht rausgenommen werden? Was? Ich hab jetzt grad nicht wirklich Fallschaden davon bekommen, oder? Haha, er ist echt da drin geblieben! Alles klar! Hey, jetzt ist noch einer! Was? Wie viel von den Stinkbomben hat der Typ noch? Und jetzt abhauen! Was bist du denn für einer? Puh, das war ganz schön knapp, mein Freund! Aber was er für leckere Sachen hat! Ich brauch nur irgendwie Heilung! Nice, Minis! Und ein Medikit! Was ein Glück! Was geht denn jetzt ab? Hä? Achso, du warst das! Kleiner Schlingel, du! Das sieht echt mega einfach aus wahrscheinlich gerade, oder? Oh, der wird checken, ich denn jetzt ab! Jetzt weglaufen! Ohohohoho! Das gibt keine Komp mit diesen Dingen! Das ist echt viel zu heftig! Okay, du willst hier harder tun mit dem Rocket Launcher! Kannst du haben, mein Freund! Wie der hat er wieder zutörtelt! Uh! Third Party! Komm schon! Hau rein! Was? Von der anderen Seite auch noch? Da kommen auf einmal die Leute her! Was wollen die von mir? Was geht denn mit dem ab? Was ist das? Oh, der hat gesessen! Man bleibt hier! Nicht weglaufen! Okay, den haben wir safe! Nein! 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 Bitte! Nein! Das ist genau dieser Moment, wenn du irgendwas kaputt schlagen könntest. Schade, dass wir gerade verreckt sind. Das hätte die erste 20er Bomb werden können. Aber, vielleicht haben wir ja Glück und finden mehr Leute in Tiltertown. Okay, Hey, da ist der erste. Oh mein Gott! Hat der Typ kassiert! Was schleicht der denn hier so rum? Aha! So einer bist du also! Was machen die Jungs denn hier drin? Kürzenkämpfer! Ja, ist klar! Jetzt hat er mich erschrocken! Was? Der Typ heißt Busfahrer Steven? Aha! Natürlich kommt das auch noch der andere. Den haben wir durch. Da ist nur vier Kills hier! Da müssen wir jetzt aber mal richtig schnell los! Ab in den Rift! Was geht denn mit dem Typ hier ab? Alles okay bei dir? Der war echt komisch, der Typ. Wildfight! Wildfight! Komm schon! Nicht gegenseitig killen! Keiner Camper, du! Na, das hast du davon! Ach, die Gegner sterben einfach zu schnell! Hier ist wieder einer! Der will in Wildfight! Nein, ich verkack's gerade! Nein! War das knapp! Also bei dem Aim, da hilft auch kein Aim-Bot mehr! 20er Bomb ist drin, oder? Das Problem ist einfach, dass die Leute zu schnell sterben! Und das nächste Opfer! Ohohoho, geht das rein! Der Typ ist so fucking lowlife einfach nur! Was? Er hat schon wieder blue? Nein, 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 nein! Er ist abgestaubt worden! Von dir, oder was? Was schaffst du dich gerade? Was machst du davon? Oh mein Gott! Was er für geile Sachen hat! Danke, Bruder! Was geht denn hier ab? Oh nein, ich mach's falsch! Ich mach's falsch! Ich treff nicht! Wer schießt denn da die ganze Zeit auf mich? Was ist denn da? Der Typ in der Sonne? Nein, er ist gestorben! Er ist in der Falle! Ey, jetzt reicht's! Wo ist der Typ? Er trinkt erstmal genüsslich seinen Saft! Alles klar! Und er da unter mir? Oh nein! Gelasert haben wir ihn! Weiß nicht, Leute! Ich bin irgendwie traurig! Wir haben nur zwölf Kills geholt mit dem Teil! Aber ich würd sagen, lasst uns mal Braxis damit überraschen! Der wird Augen machen, wenn er dieses Teil sieht! Alter, ich trau mich das gar nicht anzumachen! Machen, ich will sehen! Okay, bist du bereit? Ich drück grad nur die L2-Taste, ne? Nicht den rechten Stick! Und du machst nichts? Nee, gar nichts! Junge, da... Oha! Das ist ja... Jetzt mal... No joke! Das ist 100%! Richtig krass, ne? Hä? Ich schieße jetzt mal auf dich, okay? Oha, Digga! Ach du Scheiße! Komm, lass Arena spielen! Komm! Oha, Digga!